So, äh, kann ich das mit meiner Spitzhacke abbauen? Schon, oder? Ja. Nee, nee, das ist... Nein. So, jetzt am besten die Erze abbauen, oder? Ja. Nein, warte, das ist unten. Ja, genau. Also da unten, siehst du die? Das hier. Das steht unter uns. Ja, genau, das müssen wir abbauen. Okay. Ja, ich stehe daweil hier und... Alter! Und beschützt dich einfach. Shit. Ja, jetzt mit dieser Waffe. Ja, ich stehe da. Okay. Untertitelung. BR 2018 Wir haben jetzt genug. Höllenstein, dass wir die zur Bahn machen können und dann... Jo. Okay, dann mal wieder rauf, oder? Ja, auf jeden Fall. Okay. Hast du das Subsidium? Jo, ich kann es dir geben. Ist der Stoff? Ich schaue mal kurz beim Text-Collector. Der ist einfach Fillmore. Kennst du diese... Ah, ja. Ja, die sind fix. Drei Gold, 48 Silber. Oh, Mann. Wir brauchen noch eine Höllenschmiede. Haben wir sowas? Ähm, Höllenschmiede, glaube ich, haben wir, oder? Nee. Warte. Ich sehe hier keine. Dann müssen wir nochmal runter. Ich gehe nochmal kurz runter. Okay, nice. Die sind einfach in diesen... Also in der Hölle einfach... In diesen komischen... Drinnen. Ja, in den komischen... Drinnen. In diesen komischen Dingens hier drin, oder? Also in diesen kleinen Häusern. Ja, in den komischen Dingens. So, was auch immer das darstellen soll. Oh, mein Gott. Alter. Kennst du das, wenn du so runterspringst und dann genau irgendwie ein... Ne... Ich wollte ein Zubat sagen. In den letzten Teil zu viel Pokémon Go gezockt. Ja. Auf jeden Fall so eine Fledermaus kommt und dann... Du einfach weggeschleudert wirst. Kennst du nicht? Nee, okay. Ich auch nicht. Mir ist das vorhin... Ein paar Mal passiert. So, äh... Kann ich das mit meiner Spitzhacke abbauen? Schon, oder? Ja. Nee, nee. Das ist... Nein. Man... Ich muss nochmal runter. Also ich... Ich glaube, ich gehe mit. Ja, ich gehe mit. So. Okay. Wir sind da. Boah, das ist so schnell einfach. Stell dir mal vor, das ist... Es hat eine größere Range. Boah, das wird abgehen. Alter. Alter. Das wäre heftig. Das wäre heftig. Okay. So, ich gehe mal... Wann gibt es eigentlich diese komischen Spritzer hier? Nein! Oh, shit. Stopp nicht, stopp nicht. Alter. Warte, warte, warte. Bleib unten. Ich port mich. Boah. Das ist wirklich schwieriger, als ich gedacht habe. Bei diesem Stand momentan. Eben, weil wir gerade, äh... Wir sind ja da gerade in dem... Shit. Wir sind in dem Bereich zwischen der Hölle und dem Crimson-Untergrund. Das ist ein bisschen... Ach so, okay. Ach so, deshalb, okay. Okay, äh... Wie machen wir es am besten? Ich habe nicht viel Leben. Okay, warte. Ich schluck nochmal einen Heidrank. Und... Ich habe gerade irgendwas bekommen. Ich gehe einfach runter. Egal. Äh, warte. Okay, shit, shit, das ist... Äh, ich muss aufpassen. Da kannst du nicht rein. Achtung, Achtung. Weil... Hier kann man rein, hier kann man rein. Ja. Ich habe gerade so... Wie? Sorry? Das ist sie. Okay. Ja. Ich habe gerade was bekommen. Äh, äh... Vitamine, voreilig. Ah, das kann man... Gegenschwäche. Das kann man dann später kombinieren. Also in unserer privaten Welt haben wir das andere Gegenschicht dazu. Ah, okay. Okay, ich habe die Höhlen-Schwinde. So, äh, dann... Zurück. So, dann Höhlen-Schwinde. Wir müssen auch mal einen eigenen Raum für die ganzen Sachen hier machen. Würde ich vorschlagen. Wir könnten... Das wird irgendwie geil aussehen. Ähm, das ist ja jetzt gerade so in unserem untersten Stock. Oder untersten... Ja, du weißt, was ich meine. Unsere unterste Etage, so, oder? Die halt gleich ist wie die Etage hier, wenn man rausgeht. Wir könnten es so machen, dass wir... Ähm, hier so eine Art Treppe bauen, so. Also, dass es hier so rauf geht. Und dass die unterste Etage hier oben sozusagen anfängt, hier. Ah, okay. Und das dann irgendwie zum Keller zählt, wenn ich... Wenn du weißt, was ich meine. So haben wir uns, dass wir das jetzt hier... Dass wir diese NPCs hier einfach eine Etage nach oben, also noch eine Etage draufbauen und die nach oben verschieben. Dann wäre... Dann wäre die... Diese Etage, wo ich jetzt bin. Das ist dann so unsere leere Etage. Also, da kommt dann nichts rein, sozusagen. Oder halt nur Trophäen oder so irgendwie. Weißt du, was ich meine? Ja, ich... Ich verstehe, wie du meinst. Das wäre vielleicht eine geile Idee. Könnten wir mal machen, so. Also, Offscreen oder halt Vorspulen und... Ja, das... Ich glaube, das wäre... Ich glaube, das wäre nice. Weiß ich nicht. Da haben wir die leere Etage und... Jetzt müssen wir halt überlegen, was halt der Sinn der... Also, halt der Standardetage ist. Weil eigentlich ist das ganz praktisch, wenn wir hier die ganzen... Okay, wir haben jetzt gerade einen Bug in der GUI. Okay. Auf jeden Fall, einmal kurz, ab und zu ist es ganz praktisch. Wenn man so halt die ganzen Crafting-Sachen auf der ersten Ebene hat, dann muss man nicht... Wann es sinken und so. Ja, das stimmt auch wieder. Aber eben das mit dem... Äh, mit dem Verlegen wäre aber nicht nice, weil dann... Wir haben ja noch einen Keller dazu. Und dann können wir halt da, wo jetzt die Sachen sind, halt speziellere Sachen hinstellen. Weil man dann später ja voll viele verschiedene Crafting-Stations... Die man echt nur ganz selten braucht und so. Zum Beispiel, wann haben wir jetzt das letzte Mal diese Sägemaschine verwendet? Okay, stimmt, ja. Das können wir so machen, auf jeden Fall. Ich muss nachher überlegen. Okay. Äh, ich habe jetzt genug Höhlenstern bauen. Könnte ich jetzt, glaube ich? Ja, nein. Ich kann einen Molten-Spielzeug machen. Ja, nice. Also hast du jetzt eine, oder? Jetzt, äh... Ja. Ich habe jetzt eine. Okay. Mit der können wir jetzt abbauen, Palladium, oder? Ja, genau. Äh... Ja, können wir jetzt abbauen. Sollen wir... Jetzt hier die Folge beenden? Du meinst die Session, oder? Ja. Ach ja, ähm... Äh, willst du die gespulste Spielzeuge bis dahin? Also, willst du das Palladium abbauen? Hm... Ja, schauen wir einfach nächstes Mal, okay? Ach so, ja, okay. Gut. Ich würde sagen, wir werden jetzt noch die Kisten offscreen, also wir werden jetzt, glaube ich, die Session beenden und noch die Kisten ein bisschen ordnen. Ja, das auf jeden Fall. Das werden wir euch jetzt nicht antun und ansonsten wäre es das mit dieser Session, beziehungsweise auch mit dieser Folge. Ja, genau. Das, ja. Dann danke, Leute, fürs Zusehen und ihr lasst auf jeden Fall noch Feedback da und so für alles. Genau, ja. Äh, das wäre ziemlich nice. Und... Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, oder? Ja, auf jeden Fall. Alles klar. Gut, dann... Tschüss. Tschö.